In 2013 wurde Sweden gegen Switzerland in Eishockey gewonnen. Es war eine große Sache, dass wir die Weltcup in Stockholm gewinnen und in Stockholm gewinnen. Der Bade-WM-Finale hat es nicht gelangt und wir haben bald ein paar Tore. Es wird ein schwieriges Spiel sein und wir werden ihnen wirklich zeigen, dass Sweden ist Nummer 1. Wir sind Nummer 1 in der Schweiz. Das Adrenalin hochfahren, dann gehen wir auf den Pond und putzen sie weg. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.